Moin Leute, willkommen zu einem kleinen Video. Es geht um den Patch, der am Montag kam. Ja, ich weiß, wir haben heute schon Mittwoch, aber ich habe trotzdem gedacht, hey, ich nehme das Video immer noch mal auf, weil es gab einige Funktionen, die vielleicht einige gar nicht mitbekommen haben, die ganz cool sind und einige Fehler wurden auch behoben, die ja sehr nervig waren und jetzt weg sind, hoffentlich weg sind. Das ist immer so eine Frage, muss man auch irgendwie gerne genau testen. Aber wir zeigen euch, also ich gehe einige Funktionen durch, was alles geändert worden ist, also die Patch Notes, ich habe die hier von GamePro, ich verlinke euch aber auch nochmal die in die Seite und dann schauen wir uns auch nochmal ingame ein paar Sachen an, weil es sind ganz coole Anpassungen dabei. Also fangen wir mal an, Leute. Das Update, fast die beste Sache für mich, das erste hier in dem Text ist, die Boxen erhalten zusätzlich Funktionen, das heißt also, wenn ihr in der Box ingame seid, vom Bericht an des Pokémon aus können Spieler den Spitznamen des Pokémon, seine Markierung, seine getragenen Items sowie sein Band und Zeichen ändern. Außerdem kann die Reihenfolge von Attacken angepasst werden, das Pokémon kann sich Attacken erinnern und sie vergessen und sie können auch TMs eingesetzt werden. Das heißt, man kann jetzt endlich auch Pokémon in der Box bearbeiten, Attacken anpassen, man muss sie nicht immer erst rausholen, in sein Team packen und dann alles machen, sondern man kann es endlich auch in der Box machen, alles was man auch außerhalb der Box kann. Sehr, sehr praktisch. Spieler können getragene Items durch Drücken von Y-Knopf wechseln, wenn sie sich in der Ansicht Items befinden. Auch sehr cool, da kann man immer ein bisschen rumswitchen, wenn man was testen will, ganz praktisch. Spieler können Übersichten auswählen, wenn sie Pokémon oder Items in der Ansicht Pokémon und der Ansicht Items verschieben, das holen wir uns gleich nochmal ingame an. In der Ansicht Kampfteam wird in deinem Pokémon-Boxen das Symbol der einem Kampfteam zugewiesenen Pokémon dunkler angezeigt, wenn sie Teil des gerade angezeigten Kampfteams sind. Also wie gesagt, man kann auch da das Kampfteam anpassen für die PvPler, auch ganz praktisch. Der Bildschirm mit der Neuigkeit wird nun auch angezeigt, wenn über das Menü eine Verbindung zum Internet hergestellt wird, so wie es auch schon beim Aufbau einer Verbindung vom Poké-Portal aus der Fall war. Das heißt, tut ihr jetzt Online-Stelle und dann bekommt ihr all diese News-Seite, wo ihr seht, was gerade neu kam, bla bla bla, Leute, das ist jetzt halt automatisch da. Fehlerbehebung, hier haben wir ein bisschen was. In Terra Raids kann ein Fehler auftreten, das verhindert, dass der Schaden bei bestimmten Attacken wie etwa Knuddler oder Statusproblemen bei der KP-Anzeige des gegnerischen Terra-Kristall-Pokémon korrekt angezeigt werden. Was dazu führt, dass die KP-Anzeige des gegnerischen Terra-Kristall-Pokémons ungewöhnliche Schwankungen zeigt. Der Fehler wird behoben werden. Das war das, wenn man mit Knuddler etwas gewonhitted hat und es aber nicht gewonhitted hat und danach hat das wieder irgendwie Half-Life gehabt. Der Bug soll jetzt weg sein. Das heißt, man kann wieder dazu mehr mit Knuddler spielen. Ja, Leute. Bei Terra Raids mit schwarzen Kristallen gegen Pokémon mit dem Titan-Zeichen kann es vorkommen, dass alle Pokémon auf der Spielerseite gleichzeitig besiegt werden, obwohl ihre KP-Anzeige noch vorhandene KP-Anzeigen. Dieser Fehler wird behoben werden. Okay, das heißt, bei Titan-Raids konnte man halt einfach gewonhitted werden, also die ganzen Teammates gewonhitted werden. Ähm, auch doof. Aber gut, ist jetzt weg. Wenn ein Terra-Kristall-Pokémon bestimmte Aktionen ausführt, während ein Spieler ein Ziel für seine Attacke auswählt, kann es vorkommen, dass dieser Spieler zeitweise keine Eingaben mehr vornehmen kann. Der Fehler wird behoben werden. Okay. Man kennt es, dass man manchmal einfach so Ewigkeiten nichts machen konnte. Und das soll jetzt ja weg sein, obwohl ich das nach dem Patch immer noch hatte. Jetzt bei Eisenblatt und bei, ähm, hier bei unserem Suikune. Aber gut. Ähm, was haben wir jetzt denn noch? So verbindet sich ein Spieler mit einem Terror-Raid, kann es vorkommen, dass, äh, diesem Spieler ein anderes Pokémon angezeigt wird, als, äh, dem Ausrichter des Terror-Raids, woraufhin ein Verbindungsfehler auftreten kann. Dieser Fehler wird behoben. Das hatten wir beim Pikachu-Raid gehabt, dass Leute optisch mit einem Kapilz im Raid waren, also in dem, in dem, in dem Einlog-Menü so gesehen, also diesem Anfangsfenster vom Raid, aber im Kampf selber was anderes hatten. Okay, der mag zwar weg sein, finde ich auf jeden Fall gut. Es kann vorkommen, dass Spieler, die über die Suche einem Terror-Raid, einem Terror-Beitreten, einem anderen Terror-Raid zugeteilt werden, äh, als dem, dem sie zuvor gezeigt wurden. Dieser Fehler wurde behoben. Okay, das habe ich noch nie gehabt, dass ich in einem anderen Raid gelandet bin, aber gut. Falls der Back da war, ist er jetzt halt, äh, ist halt jetzt weg. Unter bestimmten Umständen erscheinen eine bestimmte Zeit lang keine Kristalle, äh, Kristalle für Terror-Raids. Diese Fehler wurden auch behoben, okay. Auch gut, dass der weg ist. Kampfanpassung, Leute. Wechselwirkung von Pokémon-Typen werden gegenüber kampfunfähigen Pokémon bei der Auswahl von Attacken oder Zielen im Doppelkampf nicht länger angezeigt. Ein Zoroak, äh, das eine Terra-Kristallisierung ausführt und mittels seiner Fähigkeit Druckbild, das Aussehen eines anderen Pokos angenommen hat, kann über die Option Team-Info als Zoroak identifiziert werden. Das ist ein Fehler und, äh, wird das Nachschauen, dass, dass das Zeraora war, was gerade Terra-Kristallisiert ist. So tue ich das Ganze interpretieren. Bei einem Zoroak, das eine Terra-Kristallisierung ausführt und mittels seiner Fähigkeit Druckbild, das Aussehen eines anderen Pokémons angenommen hat, werden für Attacken die Wechselwirkungen der Pokémon-Typen basierend auf dem Typ des Pokémon angezeigt, dessen Aussehen Zoroak angenommen hat, anstatt den Terra-Typ von Zoroak zu verwenden. Dies ist ein Fehler und wird behoben. Damit ist gemeint, Leute, dass, dass ihr, ähm, im Prinzip, wenn ihr als Zoroak seid, ihr am Betrugbild, vielleicht, sag mal, ein Klurak und ihr da auch Terra-Kristallisiert seid, dass ihr dann eher die Sachen angezeigt bekommt, ja, war da ein bisschen buggy, aber gut. Die Werte eines Hereshai, das ein Neregari im Maul trägt, erhöhen sich, wenn Hereshai auf Tischen einsetzt, selbst wenn die Attacke unwirksam sein soll, zum Beispiel, wenn ein Gegner Schutzschild einsetzt. Dies ist ein Fehler und wird behoben werden. Wenn ein Pokémon nach Verwendung von, äh, Abgangsbund die Kristallisierung einsetzt und dann kampforumfähig wird, wird der Effekt von, äh, Abgangsbund nicht wirksam. Dies ist ein Fehler und wird behoben werden. Also für die PvPler, das waren eher so PvP-Sachen, die hier angepasst worden sind. Sonstiges, Leute, das sind jetzt so, ja, die letzten Sachen, aber wichtige Sachen. Ihr werdet ein Problem beheben, dass, äh, durch das an bestimmten Orten des Spiels plötzlich beendet wird, durch Behebung dieser Fehler kann es vorkommen, dass in bestimmten Städten oder in der Wildnis weniger Pokémon Passanten erscheinen. Das Gute ist, ihr schickt bestimmten Städten oder Wildnis. Das heißt, nicht überall sind weniger Pokémon, äh, und der Bug, dass das Game einfach mal abstürzt, soll jetzt damit halt besser werden. Wenn ein Pokémon, das nicht zu Paldea-Pokdex gehört, mittels eines Linktausches erhalten wird, wird es ein Teil des Paldea-Pokémos registriert. Das heißt, habt ihr im Prinzip einen Clumanda getauscht bekommen, kam da die Meldung, dass es registriert ist, was gar nicht geht, weil es gar nicht ein Paldea-Dex ist, also das kommt jetzt in Zukunft nicht mehr. Bestimmte Aktionen können dazu führen, dass sich der Gesichtsausdruck des Hauptcharakters nicht mehr ändert, bis das Spiel beendet und dann neu gestartet wird. Okay, das war auf jeden Fall ein komischer Bug, noch nie gehabt, bewusst nicht darauf geachtet. Nach der ersten Season der Rangkämpfe trat bei manchen Spielern ein Fehler auf, bei dem das Aufrufen des Bildschirms für Rangkämpfe direkt nach der Berechnung des Ergebnisses der Season zu einem Verbindungsfehler führte, nachdem die Spieler ihre Belohnung erhalten hatten. Okay, auch gut, dass der weg ist. Hatte ein Spieler mehrere Kampfteams erstellt, aber verwendet keins davon an erster Stelle in den Rangkämpfen hält er möglicherweise nach Rangkampfsiegen in der Meisterballklasse keine Meisterrangband. Dieser Fehler wird behoben. Okay, gut, dass das weggemacht worden ist. Wenn ein Pokémon, das sie gefangen haben, nach einem Linktausch mit einem Spieler wieder zu ihm zurückgeschickt, gehört das möglicherweise nicht mehr, äh, was hört das möglicherweise nicht mehr auf sie? Entsprechend den Infos in ihrem Profil, die gehorchen Pokémon bei einem Empfang. Achso, ja, vom Level her, also wenn ihr das noch nicht, euch noch nicht gehorchen würde vom Level, ja, das kann auch passieren. Aufgrund eines Fehlers zeigt der Pokédex keine zusätzlichen Einträge für Pokémon an, die bereits im Pokédex registriert waren, wie zum Beispiel Einträge für schillernde Pokémon oder Pokémon, die durch einen Zaubertausch von anderen Spielern erhalten wurden. Ähm, welches dazu, äh, was, welches das Spiel in einer anderen Sprache spielen? Okay, das heißt, habt ihr im Prinzip ein ausländisches, ähm, Shiny-Feluri bekommen, dann war das halt nicht im Pokédex als Shiny bei euch registriert. Wollte jetzt ja auch weg sein. Objekte wie zum Beispiel, wie zum Beispiel Pokébälle werden in bestimmten Bereichen des Spielgebietes unabsichtlich angezeigt. Ja, es hat immer gehabt, dass ab und zu mal Raid einfach ein Pokéball rumgelegen hat, ist jetzt auf jeden Fall weg. In manchen Kämpfen, die im Verlauf der Hauptgeschichte in Städten stattfinden, werden keine Passanten mehr angezeigt werden. Okay, ähm, ist halt so. Einige andere Fehler, werden auch behoben werden. Ja, gut. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr die Patch-Notes so? Habt ihr da, äh, findet ihr die Sachen gut? Findet ihr nicht so gut? Äh, schreibt das mal rein. Was ich euch mal zeigen wollte mit den Boxen, das ist so fast das Interessanteste, finde ich, für mich jetzt an diesen ganzen Sachen, ist, wenn wir uns jetzt hier mal die Boxen angucken. Ich war gerade dabei, das Video im Video vorzubereiten, das kommt aber dann morgen online. Nein. So, ähm, gehen wir jetzt mal auf Pokémon-Boxen, dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, nehmen wir jetzt mal einfach, einfach jetzt mal Skellocroc, dann geht ihr auf Bericht und dann können wir in der Box sein, ähm, Band wechseln, was wir vorher nicht konnten, das ging vorher nicht in der Box. Ähm, wir können jetzt die Attacken, äh, TMs verwenden, das heißt, wir können alles anpassen, wir können alle die Attacken erinnern machen, das heißt, ihr könnt hier komplett jetzt eure Movesets in der Box anpassen, was richtig gut ist. Und wenn ihr die Ansicht wechselt, ja, mit der X-Taste auf Items tragen, könnt ihr einfach jetzt hier mit Y einfach, ähm, rüberspielen oder hier austauschen, dann wechselt das. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr mal ausprobieren wollt, ob gewisse Attacken oder gewisse Items besser sind, einfach jetzt ganz entspannt das jetzt hier alles in der Box machen, was sehr cool ist, äh, ich feiere solche Features, weil man dadurch echt jetzt auch mehr, halt wie in seiner Box machen kann, als immer direkt ins Team aufnehmen zu müssen. Finde ich ganz cool, also ich sag, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, es gibt ja nichts weiterer Videos, äh, wenn es weitere Updates gibt, kommen die auch diesmal ein bisschen zügiger, es war ja wegen Pokémon Day alles ein klein bisschen stressig. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns, Leute. Bis zum nächsten Mal und... und...